So, 3, 2, 1 1 Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ja, seit Ewigkeit mal wieder Wir spielen Brawlhalla Brawlhalla, sorry Mit Dieb und Craig Hallo Wer ist Dieb? Du Wer bin ich? Ich bin die Cindy Oh, ich bin... Cassidy Ne, das ist ne sie Hallo Oh Ich hasse Cassidy, die ist voll langsam Die hat so richtig langsame Waffen Ich komm mit der gar nicht klar Upsi Sammelt ein Na 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 Ja hier, Cake ist gelb und Dieb ist grün Ich bin blauer, hab ein bisschen zu viel getrunken Aber das ist voll cool, der Angriff Das ist ein Tornado Der ist so so langsam und auch einfach abbrechbar Wie man gerade gemerkt hat Oha Ich mag den Tornado wieder machen Dann mach es Geht nicht, wenn du... Oh, nein Hey, wie hab ich das jetzt geschafft? Ich dachte, fix ich wär tot Ich bin voll Oh man Magst du nicht selber reinspringen, Die? He Danke sehr Voll nett, dass du einfach das machst Ich finde den Tornado voll cool Nein, nein, ich nicht Schau's Ja als Gegner vielleicht Ah nein, nein, nein Oh Gott Nennennennennennennennennennennennennennennennenn ok Ey, ich bin der Sheriff hier. Ich dachte es ist nur die. Ja, aber es ist trotzdem der Sheriff. Hast du schon mal die Sheriff hingehört? Ja. Ehrlich? Das habe ich sogar schon mal gesagt. Als es noch kleiner war. Ja, kein Wunder, dass du es dann gehört hast, wenn du es selber gesagt hast. Oh. Küsse nach. Oh mein Gott. Wird alles zensieren. Oh, jetzt sieht man aber auch wer was spielt. Zum Beispiel hier, Precht, spielt gerade Garry's Maus. Sieht man jetzt alles? Gut Job, Monitoraufnahme. Kann man dreimal in der Luft springen? Ja? Nö. Ja, hast du keine Ahnung. Man kann nur zweimal. Ne, man kann dreimal. Eins, zwei, drei. Also in der Luft kann man zweimal, ja. Eins, zwei. In der Luft kann man... Aber du kannst durch das Blocken noch ein drittes Mal praktisch sprechen. Musst halt ein bisschen seitlich dann. Aua. 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 Okay. Ja. Chichi. ・ hana r druck mal x. Nicht tc. Warum sagte ich das? Doch. Ich find das voll langweilig immer den selben Typen zu nehmen. Okay. Okay. Ja stimmt. Ja. Ich nicht. Seid so einseitig. Ich kann mit dem halt am Lasson spielen. Und der ist cool. Ich mag Brett zwar gar nicht. Ich schon. Aber der hat noch nicht den. Oh Amber. Der ist cool. Ich mag den weil der eine Rüstung hat. Wie heißt der? Keine Ahnung. Orion. Das ist meine Waffe. Warum kennst du den ganzen Namen? Weiß ich doch nicht. Du musst doch spielen. Ich kenn nur die alten. Die neuen kenn ich alle nicht. Alter das war voll der coole Move. Ich hab nicht mehr gewusst dass ich den da jetzt mache. Oha ich rasiere. Wuhu. Da ist aber gar nicht irgendwo ein Rasierer. Oha. Äh. Stell ihn dir einfach vor. Stell. Oder rasierst du mit Messer? Äh mit so zwei Scheren eigentlich. Oder mit so zwei. Ja keine Ahnung. Rasiermesser. So Rasierplatten. Ja genau. Messer. Nein das sind. Wow. Oha. Es ist 2D. Ich weiß nicht ob das ein Messer ist oder ob das einfach so ne komische Platte ist. Was für ne Platte? Oh. Okay. Haha. Oh. Immer diese Items die herumfliegen und dann nur langsam in wundern treffen. Ich bleib jetzt hier. Ich hab. Ich bin in Führung. Ich bleib hier, tschüss. Geh ich halt auf die andere Seite. Oha, warum bist du noch weiter runter? Oha! Oh, das Combo! Wie? Wie? The peace and make... Komm her, 2, 3! Komm her, komm her! Komm so her! Du bist ja gekommen! Ey, ich sag so komm her, komm her! Und du kommst einfach her! All net! Ich weiß, ich bin halt net. Äh, das war nicht immer. Oha, ich hab die Mine eigentlich geworfen. Das geht ab. Ey, das geht ab. Hab ich nicht ab. Ja! Alter, ich hab mich selber gekillt, ey! Nein, das war ich. Hey, ich hab die Mine dahin gelegt, deshalb hab ich den kill gemacht. Waffe, 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 nein! Meine Waffe! Au! Hey, Boxkampf! Boxkampf! 1 vs 1! Ey, warte mal! Habt ihr das gesehen? Ich kann... Ey, mach Breakdance! Schaut euch das an! Oha! No! Oha! Lass mich in Ruhe Breakdance machen! Oha! Voll gemein! Oha, voll gemein! Wow! Oha! Das ist wirklich geil! Nein, das ist nicht okay. War das gewollt weggeworfen? Ich wollte gar nicht werfen. Und ich frage auch gerade so, war das gewollt weggeworfen? GG. Oh, Mata, ich muss auch noch GG schmarren. Ja, ich hab was geschrieben, warum kam das nicht an? Wieso? Was, wieso? Nächstes. Okay. Ich hoffe die Soundverhältnisse passen, ich hatte keinen Bock jetzt Outer City zu starten. Und nehmen wir alles in OBS auf. Brawl Heaven. Oha, ich bin schon wieder der Typ, den mag ich nicht. Warte, man kann irgendwie auch... Oha, mach mal STRG 1. Ja! Ja! Das ist STRG 2. Auch das. Oh, der Volki! Machen wir... Attacke! Oh. Attacke! Ahhhh! 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 Warum? Äh, weil es lustig ist. Jetzt habe ich Waffen. Wie soll ich da oben gehen? Oh, oh. Ich konnte nicht wegwerfen. Nee. Niuuuum... Pft. Ach! Oh, wie sieht's... Bin ich da oben? Ja, wobei... Da bin ich! Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da bin ich, Olog! Wieso bist du nicht runtergeflogen? Jetzt bin ich nicht gekommen. Weil ich nicht runterfalle. Ich hab grad Shift gedrückt. Du bist diejenige, die runterfällt. Noch nicht, aber gleich vielleicht. Du fliegst rauf, besser gesagt. Du bist nicht runtergefallen, du bist raufgefallen. Hey lol, ich dem nichts. Spaghetti-Cook. Ah, ist halt noch die Beta 2.24.0 EUR. Nein! Ich hab Nein gesagt. Ich finde das sind immer so böse... so schön böse Drei in der Typ. Oha! Nyehyehyehaha Oha! So geht das! Oh lol! Den Move find ich voll nice. So'n cooler Backslip. Ich habe gerade Angriff nach unten gemacht. Okay. W-was soll das? Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte dir was schenken! Ja! Wie nett von dir! Dankeschön! Ich tanze genau zwischen euch! Oh! 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 Das tut weh! Nein! Ja! Ha! Das war Rache! Ja! 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 Ich kann auch! Brave Dance ist voll cool! Oha! Wie du gerade noch so weg fliegst! Okay! Ich würde sagen, das war's für die Folge! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung dauernd, schreibt was in die Kommentare! Und Wer von euch möchte das letzte Wort haben? Tschüss! Äh! Äh! Hehehe! Cake doch! Das lässt sowas an! Okay! Tschüss! Hehehe!